die wolken weil ich verrückt genug bin poste ich auch noch dieses diese beiden wolken bilder erschienen in den letzten jahren ja bereits einige hundert mal in beiträgen von mir es sind original fotos ich war in der richtigen sekunde am richtigen ort und habe in den himmel geschaut wer schaut heute noch in den himmel in der bibel heißt es ja ihr werdet mich mit den wolken kommen sehen woraufhin unzählige abbildungen erschaffen wurden bildnisse aber es heißt ja du sollst dir kein bildnis machen deshalb verstehe ich es auch so es war gar nicht der körper gemeint sondern der geist ich empfinde so ich bin im göttlichen und das göttliche ist in mir war das parallel und eine einheit beides zur selben zeit so ist es vermutlich bei uns allen schalom